Hättet ihr gedacht, dass ihr mit etwas zu viel Red Bull vielleicht sogar euren Führerschein riskiert? Genau mit so einem Fall hatte sich das Verwaltungsgericht Lüneburg zu befassen. Und was es damit exakt auf sich hat, das beleuchten wir jetzt ganz genau in diesem Video. Mein Name ist Christina Binnecke und ich bin Club-Juristin beim ADAC. Und wenn euch solche skurrilen, interessanten, aber echten Gerichtsentscheidungen interessieren, dann abonniert doch diesen Kanal. Das Gericht hatte sich in diesem Fall mit einem Mann auseinanderzusetzen, dessen Fahrlaubnis entzogen wurde und zwar wegen Kokain-Konsum. Der Mann war in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten und dort bei einem Drogenvortest wurde festgestellt, dass er wohl Kokain konsumiert hätte. Bei seiner Anhörung sagte er, dass er zwar vor einigen Jahren Drogendelikte begangen hätte, und auch Betäubungsmittel konsumiert hätte, aber er sei sich ganz sicher, dass er in den letzten Tagen auf gar keinen Fall Kokain zu sich genommen hat. Der toxikologische Befund wies hier etwas ganz anderes aus. Denn in seinem Blut wurde ein Abbauprodukt von Kokain festgestellt. Das Ergebnis war daher nicht groß überraschend. Die Fahrlaubnisbehörde kassierte seinen Führerschein. Wenn ihr übrigens wissen wollt, welche Rechte ihr bei Polizeikontrollen habt, dann seht euch gerne unser entsprechendes Video an. Der Mann wollte das so nicht akzeptieren und hat sich entsprechend verteidigt. Und zwar sagt er, dieser Bescheid sei rechtswidrig, weil sich dieser hinsichtlich des Kokain-Konsums lediglich auf Vermutungen stützt, außerdem habe er doch gar kein Kokain konsumiert, und bei der Untersuchung der Blutprobe sei der Test auf Kokain negativ ausgefallen. Und jetzt kommt's. Das in nicht näher bestimmbarer Menge festgestellte Benzoil-Legonin beruhe nicht auf einem Kokain-Konsum. Also dieses Benzoil-Legonin ist das Abbauprodukt, sondern es beruhe eben auf dem Konsum von zu viel Red Bull-Cola. Und außerdem genüge der Nachweis eines Abbauproduktes von Kokain alleine überhaupt nicht, um den Konsum von Betäubungsmitteln nachzuweisen. So sei zum Beispiel im Mai 2009 der Verkauf von Red Bull-Cola untersagt worden, weil darin Spuren von Kokain gefunden wurden. Er, der Antragsteller, konsumiere außerdem leidenschaftlich gerne und in großen Mengen genau dieses Getränk. Auch sei Benzoil-Legonin beispielsweise in der Trinkwasserversorgung gefunden worden, und zwar im Jahr 2005 in Italien, 2006 in St. Moritz in der Schweiz und gleiches auch im Vereinigten Königreich. Die Antwort des Gerichts ließ nicht lange auf sich warten. Das Gericht setzte sich sehr ausführlich mit den Einwendungen des Mannes auseinander. Das Wichtigste daraus lese ich euch gerne vor. Die eignungsausschließende Einnahme von Betäubungsmitteln setzt grundsätzlich einen willentlichen Konsum voraus. Die unbewusste Einnahme von Betäubungsmitteln stellt nach allgemeiner Lebenserfahrung aber eine sehr seltene Ausnahme dar. Wer sich auf eine ausnahmsweise unbewusste Aufnahme eines Betäubungsmittels beruft, muss daher einen detaillierten, in sich schlüssigen und auch im Übrigen glaubhaften Sachverhalt darlegen, der einen solchen Geschehensablauf als nachvollziehbar und ernsthaft möglich erscheinen lässt. Genau das hat der Mann aber nicht getan. Und sein Einwand, dass das in seinem Blut festgestellte Abbauprodukt Benzoid-Legonin auf den Konsum des Getränkes Red Bull-Cola zurückzuführen sei, hat das Gericht nicht überzeugt. Das Gericht geht davon aus, dass der Konsum dieses Getränks gerade nicht zu diesem Abbauprodukt geführt hat. Zwar wurde der Verkauf des Produktes im Jahr 2009 vorübergehend in einigen Bundesländern untersagt, aber Red Bull-Cola sowie andere Lebensmittel, die Coca-Blatt-Extrakte enthalten, gelten in der Europäischen Union als unbedenklich und dürfen verkauft und verzehrt werden. Die Ausführungen unseres Mannes sind hier überhaupt nicht zielführend. Das Gericht geht ganz klar davon aus, dass es sich hier um reine Schutzbehauptungen handelt und er sehr wohl willentlich Kokain konsumiert hat. Für euch bedeutet das aber im Rückschluss, dass auch wenn ihr mal etwas mehr Red Bull-Cola getrunken habt, euer Führerschein auf gar keinen Fall in Gefahr ist. Wenn ihr noch mehr solche kuriosen Ausreden kennt, die vielleicht sogar zum Ziel geführt haben, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein.